Stelle das Thema Handelszölle. US-Unternehmen sind besorgt. Das sind tatsächlich Dinge, die wir hier entsprechend aus den Daten des Beachbook herauslesen können. Das Beachbook an sich ist ein Instrument, mit dem wir handeln können. Daraus können Trades abgeleitet werden. Deswegen hier der Risikohinweis an dieser Stelle auch nochmal der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann, zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Worüber wollen wir hier sprechen? Wir schauen heute mal auf das Beachbook, nicht nur auf die Ergebnisse, sondern ich möchte Ihnen gerne ein paar Informationen rund um das Beachbook geben, weil ich es für wichtig erachte, dass Sie wissen, was das Beachbook ist, warum es betrachtet wird und was in der US-Wirtschaft daraus gezogen wird. Das heißt, wir sprechen einmal rund um den Konjunkturbericht. Wir schauen, was daraus gelesen werden können und wir gucken natürlich, jetzt haben wir ja vor zwei Tagen den aktuellen Bericht bekommen, wir schauen auf die aktuellen Fakten des jetzigen Berichtes. Schauen wir uns einfach mal das Beachbook an. Das Beachbook ist der Konjunkturbericht aus den USA. Historisch gesehen etwas dazu. Er wurde 1970 ins Leben gerufen, einfach weil man wissen wollte, wie es der Wirtschaft in diesem Land geht. Dieser Report beinhaltet die aktuelle wirtschaftliche Lage aus zwölf Verwaltungsbezirken in den USA. Das fließt hier aus diesen Verwaltungsbezirken ein und die Informationen, die wir daraus lesen können, die kommen von befragten Personen aus dem Bereich der Banken. Wir haben Branchenexperten, die hier befragt werden. Wir haben die Unternehmenslenker, die etwas dazu sagen und es werden entsprechend Ökonomen hier befragt und die Informationen fließen dann in das Beachbook entsprechend ein. Der Handelsbericht bzw. dieser Report gibt uns dann Aussagen über ökonomische Trends dieser Volkswirtschaft. Wir wissen ja, die USA ist eine sehr, sehr große, die größte Volkswirtschaft entsprechend hier der Welt und da ist es schon wichtig, was hier passiert, weil das beeinflusst uns natürlich auch hier in Europa beispielsweise bei dem Thema Exporten. Wenn die USA gut einkaufen, viele Exporte haben wollen, dann ist das natürlich für uns auch gut. Das heißt, hier in diesem Beachbook bekommen wir Aussagen über ökonomische Trends in den USA und wir lesen hier auch regelmäßig über mögliche zukünftige Herausforderungen, vor der entsprechend diese Wirtschaft steht. Und dann können entsprechend aus diesen Daten zwei grobe Richtungsweisen kommen. Es gibt entweder die Tatsache, es gibt positive Ergebnisse und diese positiven Ergebnisse untermauern in aller Regel auch die Wirtschaft in den USA. Das sind Fakten. Für diejenigen, die beispielsweise hier auch die Währung traden, diese positiven Ergebnisse, die können den US-Dollar stützen. Das heißt, dass der US-Dollar entsprechend stärker wird. Negative Aussagen hingegen, die dämmen die Wirtschaft ein oder können die Wirtschaft eintönen oder das Wirtschaftswachstum verlangsamen und das wiederum kann dann entsprechend den US-Dollar schwächen. Das sind mal die Daten, die wir aus dem Beachbook herausziehen können. Und diese Daten, die sind sehr, sehr wichtig für die Federal Reserve, weil der US-Offenmarktausschuss, der nutzt diese Ergebnisse für den Entscheid bei den kurzfristigen Zinsen. Das heißt, diese fließen dann in der Regel auch direkt in den Zinsentscheid ein, weil je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat, das dann entsprechend auswirken auf die Preise. Wirtschaft kann heiß laufen, die kann sich massiv abkühlen. Wenn jetzt die Zentralbank die Zinsen zu stark erhöht, könnte das eine Abkühlung haben. Wenn die Wirtschaft sich abkühlt, könnten Zinssenkungen das Ganze wieder positiv beeinflussen. Und dass wir Sie sehen, da gibt es ein Zusammenspiel aus den Daten im Beachbook und den Entscheiden für den Offenmarktausschuss. Und das sind wichtige Stellquoten, die wir hier an dieser Stelle immer wieder sehen. Stellt sich jetzt die Frage, wie kommen Sie denn überhaupt da ran? Es gibt Veröffentlichungen dieser Daten, da gibt es eine offizielle Seite. Das ist das Board of Governors of the Federal Reserve. Die Internetseite, wo Sie das Ganze finden können, stelle ich Ihnen gerne gleich mal in den Chat hinein. Kleinen Augenblick. Ich schreibe das mal hier. Also für all diejenigen, die sich das Ganze anschauen möchten, Sie können hier ruhig mal auf den Link klicken. Warten Sie mal. Genau da ist er. Jetzt sehen Sie es. Da kommen Sie auf die Website vom Beachbook sozusagen, vom Board of Governors of the Federal Reserve an dieser Stelle. Und da finden Sie entsprechend die Informationen dazu. Das ist jetzt erst mal interessant für diejenigen von Ihnen, die auch so ein bisschen der englischen Sprache mächtig sind und sich etwas Zeit nehmen möchten, um das Ganze zu analysieren. Und da sehen Sie hier entsprechend die Daten erst einmal. Das heißt, wir bekommen hier sozusagen in diesem Jahr am 12. September, am 24. Oktober und am 5. Dezember noch einmal neue Daten. Und Sie haben hier entsprechend die Möglichkeit, sich diesen Report dann auch mit anzuschauen. Das heißt, wenn Sie jetzt hier draufklicken, dann kommen Sie, nein, dann kommen Sie entsprechend hier auf die aktuelle Ausgabe des Ganzen. Und da sehen Sie den kompletten Report oder die entsprechenden Zusammenfassungen. Und da sehen Sie halt hier, dass sich diese entsprechenden Distrikte, das heißt, diese zwölf Verwaltungsbereiche, sich entsprechend hier auch äußern, wie das Ganze sich entwickelt, wer das Ganze lesen möchte an dieser Stelle. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in Zusammenfassungen. Das heißt, wenn Sie das Ganze dann, wenn Sie wissen, wann diese Daten kommen und Sie möchten sich damit auch etwas beschäftigen, dann geben Sie einfach in Ihrer Suchmaschine mal das Beachbook ein. Da finden Sie hier entsprechend beispielsweise das Ganze aus der New York Times, die hier etwas in Zusammenfassung schreibt. Das kommt auch wirklich in Regelmäßigkeit. Oder aber Sie finden das auch auf den deutschen Seiten, zum Beispiel bei finanzenfunk.net. Da finden Sie hier die entsprechenden Dinge, die entsprechend in den Märkten auch geregelt werden. Ich mache auch mal Folgendes. Ich speichere, beziehungsweise ich schiebe Ihnen diese Links, wenn Sie die haben möchten, auch direkt mal in den Chat hier auf Facebook herein. Die Zusammenfassung einmal auf Deutsch habe ich gerade gepostet und das mache ich auch gleich mal noch auf die englische Version hier aus der New York Times. Also wenn Sie möchten, können Sie sich das Ganze gerne einfacher mal durchlesen. Das kommt hier raus. Veröffentlicht wird das Beachbook achtmal pro Jahr und zwar immer zwei Wochen vor den entsprechenden FOMC Meetings. Deswegen immer zwei Wochen vorher. Damit entsprechend die Mitglieder, der US-Zentralbund vom Offenmarktausschuss sich entsprechend auch vorbereiten können und diese Daten hier entsprechend auch mit rausnehmen können, was dafür benötigt wird. Schauen wir mal, was aktuell bei rausgekommen ist. Also was wir hier aus diesem Gesamtbericht herauslesen können, ist folgendes. Die Wirtschaft in den USA ist weiter gewachsen. Etwas moderat, das heißt die Steigerung scheint etwas rauszugehen, kann man daraus lesen. Aber es ist ein weiteres Wirtschaftswachstum da. Was wir auch rauslesen können, ist, dass die Inflation ansteigt und zwar teils durch starke Preissteigerungen. Und demgegenüber wachsen die Löhne allerdings nur moderat. Also das ist jetzt etwas, da muss man auch sagen, okay, schauen wir mal drauf, wie sich das Ganze auch weiterentwickeln wird. Wir hatten ja in der letzten Woche gesehen, dass es hier im Arbeitsmarktbericht auch Umschichtungen gab in teilweise niedrigere Lohnsektoren. Das könnte hier miteinander interagieren. Das heißt, wenn das Lohnwachstum weniger steigt als die Inflation, dann könnte das mittelfristig Auswirkungen auf die Kaufkraft der Bürger in den USA haben. Muss man einfach mal beobachten, ist jetzt noch nichts Dramatisches, aber wir können es halt rauslesen. Die ersten Dinge sind da. Was noch aus diesem Biespuck lesbar war, dass die Sorgen über die Zölle und die angespannte Arbeitsmarktbedingungen, das Wachstum in einigen Bereichen mittlerweile beginnen auch einzuschränken. Das ist keine allumfassende Aussage, aber das sind Punkte, die mittlerweile in Teilen hier entsprechend auch auftauchen. Zum Thema Zölle haben wir erste Auswirkungen im produzierenden Gewerbe. Das heißt, die Preissteigerungen machen es den Unternehmen teurer entsprechend zu produzieren. Sie können die Preise aber nicht einfach so eins zu eins an die Kunden weitergeben. Das heißt, wir haben jetzt hier mittlerweile in einigen Branchen das Thema Margenrückgang. Wir haben auch Preissteigerungen bei Metallen und Baumaterialien und das beginnt hier die Unternehmen zu belasten. Das haben wir auch diese Woche gesehen. Alcoa beispielsweise hat hier Zahlen gebracht und Alcoa musste sozusagen die Prognose für das laufende Jahr zurücknehmen, weil diese Preissteigerungen sozusagen Auswirkungen auf die Ergebnisse auch haben. Und was wir hier auch noch gesehen haben zu diesem Biespuck hat sich der Vorsitzende der Federal Reserve, Herr Paul, geäußert. Und er sieht hier aus aktueller Sicht durch den Protektionismus Gefahren für die US-Wirtschaft im mittelfristigen Bereich. Also das mal zu den aktuellen Zahlen, die wir hier in diesem Bereich haben. Das können wir aktuell aus dem Biespuck herausnehmen. Und dann wollen wir auch noch mal ganz kurz in den entsprechenden Chart reingehen. Wir nehmen uns mal beispielsweise den S&P 500. Wir sehen also, wir haben jetzt hier aus aktueller Sicht jetzt noch keine dramatischen Daten hier in dem Markt gehabt. Am Mittwoch wurde dieses Biespuck veröffentlicht. Und hier sehen Sie mal den Chart vom Mittwoch. Das hat sozusagen nicht wirklich eine Auswirkung jetzt auf diesen Handelsverlauf gehabt, dass wir hier erratische Kursbewegungen nach unten gehabt haben. Also das heißt, der Markt sieht das Ganze momentan noch relativ gelassen. Wir merken aber, es wird momentan Beachtung finden. Also es findet immer Stück für Stück Beachtung. Wenn das Ganze sich weiter verschärfen sollte, könnte es tatsächlich problematisch werden. Und deswegen sind diese Konjunkturberichte auch so wichtig. Da sieht man Entwicklungen, also Tendenzen, Gefahren für die Wirtschaft. Und hier wird es jetzt wirklich wichtig sein, wie wird sich das ganze Thema mit den Zollstreitigkeiten beispielsweise weiterentwickeln. Wenn sich das Ganze verschärft, dann sieht man ja auch schon jetzt hat das leichte Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Wenn sich das Ganze deutlich verschärfen sollte, wird das dann auch deutlichere Auswirkungen auf diese US-Wirtschaft haben. Und dann, nehme ich an, werden wir auch deutliche Auswirkungen haben auf die entsprechenden Charts hier in den Aktienmärkten. Damit an dieser Stelle hoffe ich, dass die Informationen rund um das Biesburg Ihnen gefallen haben und Sie das für Ihr Trading auch gut mit nutzen können für die Planung der zukünftigen Entwicklung.